Auch den Heidenhöhlen in Überlingen wachsen die Haare, wie ihr seht. Grün bepflanzt sind die Felsen und das Gras wird immer höher. Dafür gibt es Landschaftsgärtner mit mutigen Mitarbeitern, die bis zu 8.000 Meter Höhe Gras mähen. Mit motorisiertem Gerät oder ohne motorisiertem Gerät. Die Rasenmäher von der Heidenhöhle in Überlingen sind wirklich die mutigsten, wie man hier sieht. Es sind schon über 8.000 runtergefallen. Aber sie kommen immer wieder. Meistens nachfahren von Indianern. Denn man sagt ja nach, die Indianer haben keine Höhenangst. Und das war super in Überlingen. Wir haben sie entdeckt, obwohl sie still und heimlich mähen.